Und das ist ja die passende Hose. Genau, eine richtige Hose. Und Sie sehen, die Beate hat es ja auch an den Dunkelblau. Ich habe die mir ein bisschen hoch. Dann Marine gibt es das neue Dunkelblau. Ich möchte den Marine wirklich ans Herz legen, auch mit der Jacke dazu. Und da gibt es auch das Passende. Sie werden immer wieder drauf angesprochen, wo einer sagt, du bist immer so toll angezogen. Hast du ein Geld? Auch zu der ganzen Flemmhau-Kollektion mit dazu. Wir gehen jetzt durch unsere Pachelmarie, guck's mal. Das Shirt natürlich auch. Das ist nicht ein Traum. Bei uns ist es so schnuckelig. Hier die Beuteltaschen, das kommt morgen. Morgen, apropos, 12 Uhr machen wir nochmal Modesendung. Da kommt das alles nochmal. Hier die sensationellen Jogginganzüge, falls die einer verpasst hat, die kommen morgen auch nochmal. Rennen, wie Luz sieht. Super Geschichte. Und jetzt tun wir irgendeinen Ziehen. Genau, jetzt ziehen wir den. Sie haben ja fleißig bei unserem Gewinnspiel mitgemacht. Das Poster gibt es jetzt zu gewinnen. Mir ist gestern aufgefallen, das knirscht wie ein geheimer Schatz. Und wer hat gewonnen? Die Diana Kasten aus Ludwigs Lust. Aha, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Oh, mit dem Munich Glamour-Shirt. Sehr gut. Und natürlich der Glamour-Koß. Glückwunsch. Und jetzt machen wir eine ganz kurze Programmvorschau. Und dann geht's sofort weiter mit unserem Joker der Woche. Da wird jetzt gefeilt und gepflegt und die Hände in Form gebracht. Bis gleich. Bis gleich.